Merkzeichen AG für Schwerbehinderte. Es kommt nur auf die G-Fähigkeit im öffentlichen Raum an. Neues Urteil des Bundessozialgerichts vom 9. März 2023. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir beschäftigen uns ja sehr stark mit dem Thema gesetzliche Rente, Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten. Und im Bereich der Altersrenten haben wir es öfters mal mit dem Thema Altersrente für schwerbehinderte Menschen zu tun. In dem Begriff Altersrente für schwerbehinderte Menschen steckt ja das Wort Schwerbehinderung drin. Und deshalb möchte ich heute in dem Video mal ganz kurz erläutern, was das Bundessozialgericht am 9. März 2023 zum Merkzeichen AG gesagt hat. Schwerbehinderte Menschen können mit einem Grad der Behinderung von mindestens 80 das Merkzeichen AG, das heißt außergewöhnliche Gehbehinderung, erhalten, unter bestimmten Voraussetzungen natürlich. Die Zuerkennung dieses besonderen Merkzeichens bedeutet für den Betroffenen oder der Betroffenen, dass der blaue Sonderparkausweis durch die örtlich zuständigen Behörden auszustellen ist und diese Menschen, diese schwerbehinderten Menschen, die entsprechenden Behindertenparkmöglichkeiten mit ihrem PKW örtlich nutzen können. Für die Beanspruchung des Merkzeichens AG ist es unter anderem vonnöten, dass der oder die Anspruchstellerin sich dauernd nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung außerhalb seines Kraftfahrzeuges bewegen kann. Für die Zuerkennung des Merkzeichens AG ist es nach dem Urteil des Bundessozialgerichts vom 9. März 2023 nur die Gehfähigkeit im öffentlichen Verkehrsraum maßgebend. Die Gehfähigkeit ausschließlich in einer vertrauten Umgebung steht der Zuerkennung des Merkzeichens AG, außergewöhnliche Gehbehinderung, nicht entgegen. Wenn also der oder die Betroffene, wie im Fall des Bundessozialgerichts, Aktenzeichen B9 SB821R entschieden, nur in vertrauter Situation im häuslichen oder schulischen Bereich freigehen kann, nicht jedoch in unbekannter Umgebung hinter dies nicht, die Zuerkennung des Merkzeichens AG zu bekommen. Der Sinn und Zweck des Schwerbehindertenrechts auf volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen umfasst auch das Aufsuchen in veränderter und vollkommen unbekannter Einrichtung des sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Wenn der Schwerbehinderte in genau dieser Situation bei seiner Fortbewegung außerhalb seines PKWs auf dauernd fremde Hilfe angewiesen ist, kann Anspruch auf das Merkzeichen AG bestehen. Auf die Art und Weise der Fortbewegung im privaten Bereich kommt es daher nicht an. So haben es die Kasseler BSG-Richter am 9. März 2023 entschieden. Ich finde ein wichtiges Urteil des Bundessozialgerichts in Sachen Schwerbehinderung, dass sich die Betroffenen, die unsere Videos schauen, wirklich merken können und vielleicht auch mal auf der Internetseite des Bundessozialgerichts nachlesen können. Schauen Sie da bitte in den Bereich Verhandlungstermin rein, da finden Sie unter dem Termin 9. März 2023 genau jenes Urteil. Näheres zum Thema Schwerbehinderung und Altersrente für schwerbehinderte Menschen finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.